Warum guckst du auf meinen Schwanz? Hey! Der hat die Tür von mir zugemacht! Der ist Traitor, Leute! Greift ihn an! Ich hab noch nie so was Großes gesehen, deshalb. Warum brennt hier einer? Warum brennst du? Mordano brennt! Mordano brennt! Rausgetappt! Oh Gott! Achtung, Dana, da kommt ein Helikopter! Oh! Da ist schon jemand Böses drin! Ja, ich bin da drin! Hinter uns, hinter dir, hinter dir! Ich hab ne Brechstange! Tötet ihn! Sollen wir ihn töten? Nein! Dana, doch nicht grundlos! Er hat gesagt, töt ihn! Den hab ich geschossen! Erstmal angeschossen werden! Detective, ich will den Helikopter Station! Du musst erstes Zauberwort sagen und zwar... Bitte, mächtiger König Morgame! Du musst das Zauberwort sagen und zwar zum... Hey! Verwältigung? Das war mein Zauberwort! Wer ist das da drin? Ich! Da oben ist ein Rudi! Den hat geballert! Den hat geballert! Ich hab... Hä? Ach, Moor war das! Nein, stopp! Okay! Er war's später! Ich glaub, der Mann war's! Okay, nein, ihr müsst nachlernen! Und der Zombie! Gib Gas, Heli! Gib Gas! Flieh! In ihm mitboarding! Dür-dür-dür-dür-dür-dür! Dür-dür-dür-dür-dür! Ah! Drennn! Heheheh! Nein, ich muss mich löschen! Hehehehe! Genau! whoever war haciendo! Die Märization... Ist Green Flat! ей, richtig Dors. Wer hat den missionary getan? Nei... Ich, ich von hinten! Eh, ich dachte erst der Mohr wäre... Wäre du, Zombie! Weil er auf ähm... Osav geballert hat! Und ich dann dachte, okay! Der Traitor würde ja nur auf Osav ballern! Was? Warum hättest du immer auf mich geballert? Keine Ahnung. Ich hab doch nur einen Flug gemacht. Äh, Mordado, hast du jetzt eigentlich die AK rausgelöscht aus dem Traitor-Shop? Nee. Aber wir sagen einfach, wir nehmen sie nicht. Also alle hier werden die so regelmäßig geballert. Ich weiß auch, ich weiß auch erst seit kurzem. Okay. Wer war da? Oh, Granate. Hallo, Ruppets. Oh, Granate. Hi, Manu. Oh, hallo. Oh, Granate. Manu, bist du innocent? Ja, warum? Ich tue englisch nicht. Oh Gott. Nee, geh weg von mir. Kann dir nicht vertrauen. Ich bin in O. Ja. Sie sind gerade an der Verre... Ah ne, sie sind nur Waffen. Okay. Hallo, Mora. Smoke. Ihr versteckt mich in dem Rauch. Ich bin im Rauch. Ich bin jetzt Ghostbusters. Oh, ich seh nichts. Die Leche ist auf mich. Nein! Ich hab nicht geschossen, Alter. Wo ist die Leche? Wo ist die Leche? Wo ist die Leche? Ich weiß echt nicht. Wo ist die Leche? Okay. Ich töte dich nicht, sonst bin ich's wieder. Nee, ich töte ihn auch nicht. Ja, siehste. Ist auch vernünftig, weil ich nichts gemacht hab. Dann soll Zombie, ich hab nichts gemacht. Zombie, ja, okay. Hä? Er hat mich abgeschossen. Er hat mich abgeschossen, ich untersuch ihn. Er rollt grad runter. Moment, lass rum. Er ist Inno. Ja. Ich wurde angeschossen, als ich hier unten im Nebel war. Und die Leche war neben mir. Tut mir leid. Ich hab noch volle Schuss. Ich hab noch volle Schuss. Der auch noch. Der auch noch. Gut, ich hab jetzt... Ich bleib jetzt hier auf meiner Gefängniszelle. Ich bleib hier auf dem Block. Von mir aus. Ja, ich komm jetzt auch hier. Ich bleib jetzt hier auf dem Block. Total offen. Ich bleib hier total offen auf dem Block. Wenn jemand auf mich... Oh man, ist es Perupils oder Mordado? Ich bin's nicht. Genau. Weißt du, derjenige, der einen Inno tötet, der ist es auf gar keinen Fall. Na ist er auch nicht. Ich glaub das nicht. Ähm... Ich glaub das nicht. Was? Zombie, du bist ein netter Typ. Wenn du mich töten willst, dann tu es. Wow! Nein! Ohhhh! Was passiert, was passiert? Ich untersuch ihn, warte. Was passiert? Ich fand echt den Rotpils. Ich untersuch. Nee, ich find's nicht. Und einfach, weil er kleben so gemeint hat... Ja? Ja, okay, untersuch du. Wenn ich ihn töte, dann bin ich sie. Also so... Rotpils! Wenn man nicht die Schuld auf sich haben will, du musst so richtig untuldig sein. Wenn du ihn verdächtigst, dann mach ich's doch. Ach man, warum tötet ihr mich denn? So. Wer war Traitor? Manu. Zombie, lebst du noch? Okay. Mr. Moore? Mr. Moore? Mr. Moore? Wo wurdest du mir auch genommen? Ja gut dann... Es ist Rotpils. Es ist Rotpils. Oder... Rotpils ist tot. Ja, lebst du noch? Ich hab Angst, über irgendwo hinzugehen. Ich mach's jetzt mal trotzdem. Ich werd wahrscheinlich eh jetzt getötet. Ich wär gern Detective, dann könnte ich mir Sachen kaufen. Oder Traitor, dann könnte ich mir auch Sachen kaufen. Herr Mr. Moore? Herr Mr. Moore? Uuuuuh! Aber, aber, Dings... Naja, ich hab trotzdem drauf geschossen. Aber, Rotpils, es war viel zu offensichtlich, als du da gesagt hast. Ja, ich töte ihn dann aber nicht. Sonst bin ich's wieder. Was ist ja... Warum war das offensichtlich? Oh Mr. Moore, hattest du dich nicht geräuspern? Also offensichtlich kann ich das nicht. Mr. Moore's Räuspern hat einfach Rotpils seine Verkleidung hundertmal besser gemacht. Guck mir leid. Ey, warum? Alter, wie hast du ihn denn da bitte aufgehangen? Wie hast du denn da? Ja. Echt, ey. Ich fall mitm Arsch aufgehangen. Also rum, ich hab dich draufzustellen. Ahhhh! Hä? Ich bin mal verreckt. Warum höre ich da schon Schüsse? Ich weiß nicht, wie ich ihn... Ich hab den Mordado getötet hab. Boah, ich hab jetzt ne Leiche mit von oben runter springen, äh fallen. Springen. Kennen wir ja. Ja, klar. Guck mal, ich bin tot. Ich spiele mit Poker. Jeder, ich spiele mit Poker. Ich hab Schaden bekommen. Okay. Ja, durch die Gegenstände. Ich setze, äh, ein Muni-Pack. Okay, ich setz all meine Coins da. Wer sagt? Okay, ich geh auf... Oh, was ist mit den Coins? Was ist mit den Coins? Ja, auf All-In. Warum kann ich das nicht setzen? Eine neue Macht betritt das Feld. Eine neue Macht. Komm mal zu diesem Wiesbord. Da. Eine neue Macht. Ich hab... Ich geh all-in. Auch dich selbst. Ich setz sogar meinen Körper. Ich muss aufs Kno. Ahhhh. Oh ja. Ihr wisst, was das bedeutet. Oh ja. Sag besser zu. Okay. Nein, nicht du, Traitor. Auf dem... Auf dem... Auf dem Klo. Hör? Aha. Ist das vielleicht Sombay? Ist das vielleicht Sombay? Ist das vielleicht Sombay? Ich weiß nicht, wer jetzt überhaupt der Detektiv-Wesert. Ich bin das nicht. Hey, hey, hey. Oh, sehr oft. Holy Alpe. Ja. Wir gehen einfach auseinander. Als ob nichts gewesen wäre. Okay, okay. Kann ich dir auf meinen Kopf legen? Warte, warte, warte. Was denn? Nichts, nichts, nichts. Alles cool. Wo ist Sombay? Bleib hier. Ich wollte... Oh nein. Oh, nee. Detektiv? Hast du eine Health Station gesetzt? Ja. Wo ist die Lay? Okay, also das ist keine Fake-Dings. Weil da hab ich nichts gesagt. Warum haben wir die ganze Zeit hier in Müslä... Kann man das mitnehmen? Hör ich eine Bombe? Das war eine Fake-Heal. Hä? Darüber war eine Fake-Heal. Warum hast du gesagt, dass das ein Echt ist? Holly? Sombay is es. Bist du behindert? Sombay is es. Sombay is es. Der hat sofort gelacht. Oh Mann, Holly! Moment, danke Holly. Ich hab den mal überleiser. Wie scheiße bist du denn? Och Mann. Ah nein. Dame Dario. Sombay nein. Aua. So, der Zombie ist tot. Ach guck mal, hier. Oh, der Analyzer. Warte mal, warte mal, warte mal. Oh ja, wir können es genau beobachten. Aua. Mordado, Mordado ist es. Mordado ist es. Ja. Gut, der Detective hat es noch gerettet. Hatte ich überleisen. Aber richtig witzig. Holly, hast du die gesetzt? Ja, ja. Ja hab ich. Warum hast du das denn gesagt? Ja, nächstes Mal hör ich zu. Nächstes Mal hör ich zu. Ja, ist ein Anfang. Oh, wie schön. Manu, hast du die nicht gesehen? Nee, nee, die war dahinter. Ja, ich weiß, da wollte ich gerade hinterklettern, dann habe ich neben dich geschossen. Ja, die Kamera... Hat das dich erfolgreich abgelenkt dann, dass du da nicht hintergeguckt hast? Nee, nee. Nee, hab ich gar nicht mitbekommen. Oh, okay. Ach ja. Du sollst wohl jetzt mal zum Bildschirm gucken, wenn ich spiele. Muss ich wohl jetzt mal auf dich schießen, dass du dich umdrehst. Was machst du da? Ja, ich versuche Poker zu spielen. Ja, genau da einfach. Ich weiß aber nicht, wie das geht. Was? Was? Ich versuche das jetzt aber aus. Wie Poker, wo man Klee und Hollielp. Okay. So, okay, also Teleporter setzen. Ne. Das war vorhin nämlich genau die gleiche Flasche, musst du wissen Baudado. Es war ein und selbe Getränk. Ich will auch spielen, ich will auch spielen. Nee, mit dir spiele ich das nicht. Warum? Was ist das für ein Blau? Hä, was ist das? Guck mal, Rettung, Manu. Was? Okay. Was war das hier für ein Blaues? Beide in beiden Flaschen ist das Alkohol. Ich bin Detective. Trinkst du eine? Ist dieser Visualizer, oder? Nee. Der Visualisierer. Krass, das war ein toller Sechst, oder? Ja, ich habe gewonnen. Trinkst du eine oder trinkst du keine? Der visualisiert. Ah, super. Ich dachte, der war für ein Blau. Will mal einer hier mit mir ein Rätselspiel spielen? Ja, als ich das mit den Platten gesehen habe, habe ich halt an Harry Potter gedacht. Ja, 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 ja. Aber jetzt einfach ein Rätsel da rauszuholen, das glaube ich. Hä, ist das nicht der Visualizer? Ja. Ja, das ist der. Der macht doch, aber macht der nicht irgendwie Tode? Oh, aber habe ich Schaden bekommen. Hier ist ein Bild rumgeflogen. Es spukt in diesem Haus. Hier, Granate für euch. Okay, Modatus Traitor, habe ich gehört. Ja, 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 ja. Da oben sind zwei Leute. Der andere ballert. Der andere da oben. Ursache ist tot. Ja, es ist gut. Reicht das schon, um dann Vertrauen zu gewinnen? Zombe? 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 Einfach weg. Ja? Ich habe gesagt, da oben schießt einer auf dich. Habe ich jetzt... Ach, da bist du doch. Manu, bitte. Manu ist Traitor. Nein, ich kann dir eine Leiche gleich bringen. Ich bin, ich bin weiter. Hä? Warte mal, du hast sie immer getötet. Ich bin weiter Traitor zu dumm, mich zu töten. Willst du mich bearschen? Ich bin wieder gesagt, wie das Radio funktioniert. Ich lag nach. Unfair, unfair. Cheater. Kannst du hier niemanden erwischt? Du tötest uns immer. Ich töte niemanden. Wie kann man das mit dem Radio machen? Hey, das klickst du hin und dann hast du... Wenn du C drückst, kannst du das Radio auswählen. Ach, mit C. Aber auch wenn du weit entfernt bist. Nicht vergessen. Das C4 hat niemanden getötet? Wollt ihr mich verarschen? Ja, ich hab's doch C4 gerufen und... Ja eben, rennt weg! Ach so, aber wenn ihr in dem Raum mit dem Pokertisch gewesen wärt... Da wären alle gestorben vermutlich, ja. Okay, ja gut, weil ich probier jetzt grad die ganzen Items rum, wenn ich später bin. Wenn man einer steppt, kann man den neben die Leiche liegen und dann sieht man genau von wo er erschossen wurde. Ah, okay. Hm. Ihr visualisiert den Tod. Oh! Oh, oh! Oh, oh, oh. Uiuiuiuiuiui... Mann! Ich bin Detective! Nicht illo! I like the box trait? Oh da, du gib mir deine Waffe. Gib mir deine Waffe. Gib mir deine Waffe. Okay, hier. Oh, cool. Hier meine Mächte. Vielleicht dafür deine? Danke. Bist du Traitor oder warum machst du das? Dö, ich bin illo. Oh, ich hab heut nen guten Tag gehabt. Das darfst du mir Geld zu. Dann tanzst du für uns. Ja, warte, ach, ach man, ich habe kein Geld. Ich hol Geld, ich hol Geld, er muss tanzen. Warte, woh, mit Haar, ne? Da kann man Muni werfen, oder womit geht das? Du kriegst sogar Gold. Ja, gib mir Muni. Womit kann man Muni werfen, Leute? Halt da um! Das war nicht gewollt, wirklich. Hä? Hey, ich bin hier gerade nur... Alles ruhig, alles ruhig. Okay, dafür dance ich auch. Sogar im Visualisierer. Das ist so ein Tanzclub, das sind so coole Lichteffekte. Wer ist denn die Detective? Holly, wenn du einen tötest, kannst du den nutzen, um das zu zeigen. Aber töte mich bitte nicht, danke. Da, der! Zombieses, Zombieses, Zombieses. Wo ist der? Haben gekillt, haben gekillt. Lebst du noch? Holly, komm zu mir, ich hab ne Traitorleiche für dich. Alles klar, alles klar. Nimm, 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 nimm. Okay, also Manu ist schonmal safe. Was soll ich jetzt mit Holly auch? Hast du Credits bekommen? Oh, wahrscheinlich, vielleicht. Dann komm mit, komm mit, komm mit. Komm einfach mit. Der wird geschossen. Geh mal hier rein, in die Toilette. Komm mal her in die Toilette, geh mal da rein. Und guck mal nach, ob du ne Heel Station machen kannst. Achso, ne Heel Station. Aber passt auf für O-Saft, ich glaube O-Saft ist es. Weil der war die ganze Zeit weg. Was machst du denn die ganze Zeit, O-Saft? Ich hab einen Visualisierer gekauft. Ja, und was? Ja, aber herrst du keine Punkte durch den, äh, Toilette bekommen? Nö, irgendwie nicht, ne. Also logischerweise. Ja? Kannst du die Leiche mal aufhängen? Oh, das ist, ja, bitte. Ja, mach mal. Natürlich häng sie auf, weil ich bin Traitor. Häng mal, häng mal auf. Ja, mach mal, häng sie auf. Wie kann ich die aufnehmen? Hä? Rechtsklick. Was ist das, Manu? Linksklick. Hä? Rechtsklick aufheben. Okay, rechtsklick aufheben. Linksklick anhängen. Oh, geht nicht. Weil ich bin innocent. Ist das Beweis genug? Du solltest doch einfach nur auf Toilette gehen, damit wir alleine... Hä? O-Saft ist es. Ja. Du solltest einfach nur auf Toilette gehen, um Ruhe vor den anderen zu haben. Ich beschütz dich und dann guckst du nach. Das sah richtig witzig aus, wie du Holly von der Seite erschossen hast. Der klatscht auf einmal gegen die Wand. Ey. Ey, das blöde Radio hat einfach nicht funktioniert. Ja, dann hängst du in den Raum mit vier Leuten rein und schießt. Ja, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Jolo. Und warum hab ich gebrannt? Was ist da passiert? Du warst ja schon tot. Das war voll cool. Das war die, womit man Leichen verbrennt eigentlich. Wie viel Schaden hat das gemacht? Ähm... Nicht viel. Das macht nicht viel Schaden. Aber das ist witzig, um Chaos zu stiften. Ja.